Herzogin Katharine erledigt Hochschwanger ihre Einkäufe. Volle Einkaufstüten schleppen? Kein Problem für Herzogin Katharine. Zwischen Reinigungsmitteln und Sonderrabatten wurde in einem Supermarkt im britischen Norfolk niemand anderes als die hochschwangere Herzogin Katharine gesichtet. Mit XL Babykugel den Wocheneinkauf erledigen? Für die Herzogin kein großes Ding. Herzogin Katharine selbst ist die hochschwangere Frau. Höchstpersönlich hantiert die 36-Jährige mit ihren Einkaufstüten und schiebt nicht nur die Babykugel, sondern auch den voll gepackten Einkaufswagen durch den Lebensmittelladen. Ganz allein ist Katharine natürlich nicht, denn das würde wahrscheinlich gerade jetzt, da sie jeden Tag ihr Baby bekommen könnte, gegen die Sicherheitsregeln verstoßen. Beim Einkaufen auch dabei ist nämlich ihr Bodyguard. Der begleitet sie zwar, die vollen Einkaufstüten verfrachte die Herzogin nach dem Einkauf trotzdem ganz selbstständig in den Kofferraum. Ganze sieben Tüten werden in den Royalen Flitzer verfrachtet, dann geht's ab nach Hause. Die herzlichen Bilder dieses Normalo-Einkaufs beweisen, Karte bleibt auch so kurz vor der Geburt von Baby Nummer 3 herrlich bodenständig. Verständlich!